Herzlich Willkommen zu einer neuen Ausgabe des Podcasts von brenn.orange. Den Gruß Glück auf, den sage ich heute etwas leiser, um meinen Gast nicht zu verehrten. Mein Name ist Danny und wir reisen heute nach Westsachsen. Beim FSV Zwickau, dem Nachfolger der traditionsreichen BSG Sachsenring Zwickau, wollte ein Investor die Geschicke des Vereins übernehmen. In nur wenigen Tagen hing ganz offensichtlich der Haussegen schief. Neue Menschen auf der Geschäftsstelle, gewonnene Werte, vor dem Vorfall, altgediente Spieler wurden vom Hof gejagt. Der FSV braucht Geld. Um die Verbindlichkeiten zu bezahlen, unter dem Motto Fußball gehört den Fans. Startete daher eine Crownfunding-Kampagne, welche einen Startplatz zur Spielzeit in der Saison 2023-2024 in der Regionalliga Nord-Ost, aber auch die Zukunft des Vereins sicherzustellen. Über das Projekt, die ersten Reaktionen sowie die Perspektive des Traditionsvereins spreche ich heute mit einem Verantwortlichen aus der Sachsenring-Kurve. Servus, Rüdiger. Ja, hi. Hi, Danny. Du bist fest etabliert in der Kurve. Ich nehme an, du warst schon immer Sachsenring- bzw. FSV-Fan und es gibt für dich auch keinen wirklichen Zweitverein. Das stimmt absolut. Also Sachsenring ist ein bisschen zu weit zurückgegriffen. Das durfte ich noch miterleben als kleinstes Kind, aber da erreiche ich meine Erinnerungen nicht mehr zurück. Aber ich bin schon alleine durch mein familiäres Umfeld, was sogar noch vor die BSG Sachsenring bis zum Planerster Sportklub reicht, im Zwickauer Fußball verankert. Und seit ich Jugendlicher bin und quasi alleine mein Haus verlassen durfte, auch alleine ins Stadion, am Anfang mit meinem Papa und dann alleine, bin ich jetzt mittlerweile schon seit 24 Jahren, 23 Jahren in der Kurve. Und habe quasi die absoluten Tiefen und nun auch ein paar Höhen miterleben dürfen. Und ja, bin jetzt wieder mit in einer Situation, in der ich mit einem kleinen Team quasi zum einen die Kampagne jetzt mit betreue, mit begleite, aber auch um die Kampagne herum viele kleinere Aufgaben übernehme, die einfach in der jetzigen Situation aufgrund von fehlender Kapazität und fehlenden Menschen auch, die mit anpacken, anfallen. Ich will direkt nochmal nachfragen, ohne zu sehr ins Detail zu gehen. Du sagst familiärer Hintergrund. Ich glaube tatsächlich, ein Familienmitglied hat aktiv beim Vorgänger von Sachsenring gespielt. War das so? Ja, das war tatsächlich so. Also ich bin, das ist immer so ein heikles Thema und den allerwenigsten Nicht-Zwickauer würde das nichts sagen, aber ich bin quasi kein Zwickauer, ich bin Planitzer. Und obwohl wir seit 1927 eingemeindet sind, ist das immer noch so ein bisschen, ja, es ist immer noch was Besonderes, sage ich mal. Ja, und mein Urgroßvater und auch mein Großvater haben bei den Vorgängervereinen, also beim Planitzer Sportklub gespielt, die ja in den 30er, 40er Jahren ihre große Zeit hatte, dann später noch erster Ostzonmeister geworden sind als Vorgängerverein. Genau, da hat zwar niemand mehr aus meiner Familie mitgespielt, zumindest nicht in dem Kader, der dann die Meisterschaft herum hat, aber ich kenne quasi nichts anderes als den Planitzer und Zwickauer Fußball, deswegen gibt es da für mich weder einen anderen Verein noch irgendwie auch die Option, da nicht alles dafür zu tun und nicht alle Energie irgendwie reinzustecken, dass es irgendwie weitergeht. Das ist ja sehr eindrucksvoll und wir haben natürlich heute die Aufgabe, über ein nicht so schönes Thema zu reden. Umso wichtiger ist mir zunächst zu fragen, wenn du dich an die lange Zeit, wo du auch in der Kurve bist, wo du mit dem Verein verbunden bist, zurückerinnerst, was sind so die schönsten Momente, die man nie vergessen wird? Das ist ein, also eigentlich ist das eine sehr einfache Frage, weil das absolute Highlight, das liegt noch gar nicht lange zurück, das war in der letzten Hinrunde quasi der Derbysieg in Aue gewesen. Also das war, ich glaube für jeden, der dabei war und mehr als dieses Spiel gesehen hat, war das das absolute Highlight-Spiel. Ja, also da könnte ich jetzt, da könnte man alleine darüber, könnte man jetzt eine Stunde erzählen über dieses Spiel und über diese Emotionen und die Gefühle, die dann da an dem Tag freigeworden sind und die die Woche danach aufrecht oder erlebbar waren, sage ich mal, im gesamten Umfeld, im ganzen Verein. Die Energie, die da freigeworden ist, diese Genugtuung, die uns da zugekommen ist, das war unvergesslich. Darüber hinaus natürlich der Aufstieg an sich in die dritte Liga war genauso ein Highlight. Das waren die beiden Auswärtsspiele, die beiden Relegationsspiele, ja, beiden Auswärtsspiele auch am Ende gegen Elversberg, in Elversberg und in Plauen. Unvergessliche Momente, also in allen Belangen, sportlich, fenzig, die Busfahrt, absolute Highlights. Ja, und darüber hinaus muss man sagen, ist es in Zwickau, du wirst es wissen, sind die sportlichen Highlights eher rar gesät. Also ich kann weder von Pokalerfolgen noch von sonstigen grandiosen Einzelspielen berichten, die da irgendwie daherkamen. Die meisten Erfolge, ich sage mal, in den ersten 20 Jahren oder in den ersten 15 Jahren, die ich zum FSV Zwickau gegangen bin, die haben wir uns in der Kurve geschaffen. Die Highlights waren Ausflüge mit der Kurve, Wochenausflüge oder Wochenendausflüge, Gruppenwochenenden, Gruppenausflüge, Besuche bei Freunden, internationale Spiele mit unseren ungarischen Freunden, Ausgärtsspiele von Dynamo. Das sind so die Highlights, die man sich mit der Gruppe geschaffen hat, weil eben gerade in den Anfang 2000er Jahren mit Landesliga Sachsen und Oberliga die Highlights tatsächlich rar gesät waren. Du hast es angesprochen, wir werden heute nicht über die Kurven, Philosophie und so weiter reden. Ich glaube, das würde zwar viele Hörerinnen und Hörer sehr, sehr interessieren. Vielleicht gibt es da mal später die Möglichkeit. Aber einen Punkt verbinden sehr viele mit dem FSV Zwickau. Das ist die Freundschaft von Ritt, Chaos und den Ultras Dynamo. Wenn ich deine Jahreszahl, wenn du sagst 24 Jahre ungefähr, dürftest du die Anfänge so grob mitbekommen haben. Wenn ich richtig informiert bin, ist das tatsächlich seit dem Sommer 2001. Es ist relativ unspektakulär, man ist sich über den Weg gelaufen und war irgendwie auf einer Wellenlänge. Richtig so? Fast richtig so. Ja, ich habe das tatsächlich alles miterlebt. Ich habe die ersten Spiele gegen Dynamo Dresden 2000, da war noch nichts mit Freundschaft. Da haben wir 2-0 gewonnen. Das weiß ich noch wie heute. Branko Margitech zwei Tore geschossen. Da waren die späteren Dresdner Freunde noch nicht so glücklich darüber. Und erst im Rückspiel dann im Rudolf-Habe-Stadion gab es das erste Freundschaftsspruchband. Ja, es ist tatsächlich über Zwickauer, über Red Cars-Mitglieder entstanden, die einfach beim Hoppen Dresdner getroffen haben. Und damals gab es noch nicht so viele Möglichkeiten, man ist mit dem Zug entweder Richtung Polen, Richtung Görlitz unterwegs gewesen oder man ist irgendwie Richtung Norden Berlin oder Nordwesten Magdeburg unterwegs gewesen und man hat sich da 3-4 Mal getroffen, hat sich gut verstanden und dann hat man sich gegenseitig mal besucht und dann ist das tatsächlich relativ unspektakulär. Man war auf einer Wellenlänge und hat gesagt, jo, lass das mal machen. Wobei ich da noch zu, also dabei war, aber nicht involviert war. Also da war ich 13. Aber trotzdem sehr beeindruckend, wie lang so eine Verbindung hält und wie stabil die ist. Auch im Rahmen der Kampagne wird ja Dynamo Dresden dann auch ein Spiel in Zwickau austragen. Also das ist schon sehr beeindruckend. Das ist auf jeden Fall beeindruckend, das muss man wirklich sagen. Und man hat auch dieses, also ich finde das exemplarisch für diese Freundschaft und für den Status auch, den diese Freundschaft hat, ist einfach das Spiel, unsere Niederlage gegen Dresden, mit der wir letztendlich oder durch die wir letztendlich abgestiegen sind. Und Dresden sich leider nicht aufgestiegen, aber eigentlich damals eine sehr gute Situation zum Aufstieg geschaffen hatte. und wie das Stadion, also weder Groll noch Neid noch irgendwelche negativen Gefühle hatte, sondern wie dann quasi der Zwickauer dem Dresdner beglückwünscht hat im Endeffekt zu dem Zeitpunkt und im Gegenzug die Dresdner diese Größe angenommen haben und auf eine gewisse Art und Weise auch zurückgegeben haben. Das war wirklich sehr beeindruckend. Und das ist ja auch mittlerweile weit mehr als eine Freundschaft zwischen Red Chaos und Ultras Dynamo. Das ist ja auch weit mehr als eine Freundschaft zwischen der Fanszene Dynamo Dresden und der Fanszene FSV Zwickau. Das ist ja wirklich auf einer Ebene mittlerweile gewachsen, von den Vereinsgremien über den Fanprojekten, über jeder kennt sich, jeder ist irgendwie mittlerweile verwoben, jeder kennt jeden irgendwo. Also da, ja, das ist tatsächlich richtig zusammengewachsen. Das kann man gar nicht mehr anders denken. Letzte Frage, weil du es angesprochen hast zu dir. Du hast gesagt, du warst auch mal im Fanprojekt aktiv. Habe ich das richtig verstanden? Genau, ich war ein paar Jahre im Vorstand vom Fanprojekt Zwickau. Genau kann ich dir nicht mehr sagen. Ich weiß noch, dass es endete 2011 mit unserem Platzsturm und den Stadionverboten, die wir damals bekommen hatten als Gruppe. Aber ja, ein paar Jahre war ich dort auch mit engagiert. Also da hatten wir uns ein bisschen enger mit zusammen, also der Kontakt ist nach wie vor eng, aber da haben wir uns ein bisschen mehr und tiefer noch engagiert, auch gegenseitig. Das war ja auch alles noch kleiner zu der Zeit, 2010, 2011. Da waren im Block zwischen 50 und 150 Leuten. Da gab es logischerweise, dass die Überschneidungen größer waren und die Aufgaben auch einfach sich da überschnitten hatten, weil die Anzahl an Leuten, die sich engagieren wollten, gar nicht so groß waren. Ja, es war eine sehr schöne Zeit. Der Kontakt ist, wie gesagt, nach wie vor da. Viele von den Vorstandsmitgliedern, mit denen ich damals gemeinsam im Vorstand war, sind es nach wie vor. Die sozialpädagogischen Mitarbeiter sind nach wie vor da. Also der Kontakt und die Tiefe, das gibt es noch. Aber es war dann eben nicht mehr meine Aufgabe oder ich habe da nicht mehr meine Aufgabe darin gesehen, sag ich mal. Auf jeden Fall eine sehr wichtige Position, so im Zwickauer Fußball, das Fanprojekt, sehr engagierte Mitarbeitende. Und wir müssen aber jetzt zum sportlichen Teil kommen, so ein bisschen beschreiben, wo der FSV Zwickau sich nach der Wende hin entwickelt hat. Und da gab es ja eine sehr positive Zeit. Zum Anfang war man Zweitligist, es konnte unter Profibedingungen in Zwickau gespielt werden. Ich kann mich noch auf ein Spiel gegen Düsseldorf erinnern, auf den Stahlrohrtribünen gesessen. Fantastische Stimmung. 1999 war es vorbei damit. Es folgte Insolvenz, Zwangsabstieg. 2005 war man dann sogar in der Landesliga. Und 2010 alles letztendlich in direkter Folge. Das nächste Insolvenzverfahren, das aber dann letztendlich abgewendet werden kann und dann die Chance für einen Neuanfang gab. Man war schuldenfrei und konnte neu beginnen. Passt das so bis 2010? Also war 2010 letztendlich die Möglichkeit, diese ganze Profizeit sauber abzuarbeiten und jetzt neu zu starten? Ja, das war damals so. Und es war auch, wie du das gesagt hast, man war, ich glaube, ohne mich zu weit aus dem Fenster zu lehnen, nicht 100% schuldenfrei, weil man hat die Insolvenz ja nicht durchgeführt und abgeschlossen. Aber man konnte sie abwenden, konnte die meisten Gläubiger außergerichtlich oder außerhalb des Verfahrens befrieden und hatte da weitestgehend einen sauberen Schnitt gemacht, zumindest was diese großen Altlasten anging. Man hat ja wirklich auch damals schon fast von Null angefangen. Ich erinnere mich noch, wir hatten ja auch damals schon alle Arbeiten übernommen, die damals angefallen waren. Vom Kartenverkaufen, vom Jugendspielerfahren, von Zäunen streichen und Kabinen aufräumen und eben auch. Und das war damals, glaube ich, schon vielleicht vergleichbar mit der jetzigen Kampagne. Ein großer Punkt, der dem Verein sehr weitergeholfen hatte, waren die Spielerpatenschaften, die wir damals ins Leben gerufen hatten. Also wir haben quasi auch, dass Budget so radikal gekürzt werden musste, um nicht direkt wieder Schulden anzuhäufen oder irgendwie zumindest bei der schwarzen Null zu bleiben, dass man sich dazu entschieden hatte, über diese Spielerpatenschaften Spieler co. zu finanzieren, als Fanszene, als Fanklubs, als, ich weiß gar nicht, ob da auch Unternehmen eine Rolle mitgespielt haben, da kann ich mich nicht mehr so genau daran erinnern, aber ich vermute mal ja. Und man hat damals ja auch recht erfolgreich und relativ kurzfristig, also 2010, als wir als Gruppe Red Chaos da Denny Kallisch als Spielerparte genommen hatten, hätte niemand damit gerechnet, dass wir fünf Jahre später den Aufstieg in den Profifußball feiern. Also wenn ich das mit der jetzigen Situation vergleiche, wo gefühlter Drittliga-Fußball, macht mein Kind wahrscheinlich, es hat das Studium abgeschlossen und es kommt dieses Jahr in die Schule, also so von den, um mal die Dimensionen meiner Erwartungen da zu verdeutlichen. Und das ging uns damals auch so. Aber ich glaube, die Akteure und das Umfeld war damals auch sehr geschlossen und sehr gewillt und hatte da schon einen sauberen Schnitt geschafft. Und damit war 2010 der Startpunkt für eine spannende und letztendlich kontinuierliche Weiterentwicklung des Vereins und der sportlichen Leistung bis von 2010 bis zum Sommer 2016 in Plauen, wo ihr tatsächlich den Aufstieg schafft. Wieso in Plauen? Damals war es so, das neue Stadion war um wenige Monate noch nicht fertig. Es ist keine Freigabe, keine Spielfreigabe. Es gab keine Spielfreigabe. Und weil das Relegationsspielstadion aber Drittliga-Voraussetzungen nachweisen musste und wir ja damals in dem Ausweisstadion Sojus gespielt haben, haben wir keine Spielfreigabe bekommen. Das war, der FSH hatte da lange drum gekämpft. Das weiß ich noch, das war auch an sich absurd, weil wir haben ja dort auch Punktspiele gegen Magdeburg, Punktspiele gegen BFC Dynamo, gegen Chemnitzer FC, gegen RB Leipzig. Also eigentlich alle Duelle konnten wir dort austragen, aber das Relegationsspiel gegen den SV Elversberg, da hat das Stadion die Bedingungen nicht erfüllt. Im Nachhinein kann man natürlich sagen, es sollte alles so sein, wie es war. Denn ihr feiert eine riesige Party mit diesem Erfolg und mit diesem Aufsteck. Das ist schon so ein Meilenstein in der Geschichte, richtig? Das war ein absoluter Meilenstein in der Geschichte. Das war, wie gesagt, eines der Highlights in meiner Zeit beim SSL Zwickau. Im Prinzip war das aber schon angerichtet mit dem Auswärtsspiel, was eigentlich noch der unfassbare Punkt war oder das unfassbare Spiel war. Und in Blauen dann, wir haben, ich kann mich gar nicht mehr erinnern, aber es war auf jeden Fall kapazitätsmäßig auch begrenzt. Wir durften nicht so viele Karten verkaufen, wie wir gewollt oder gekonnt hätten. In Blauen hatte er einen relativ großen Gästesektor sich damals schon gebaut. Ja, auf jeden Fall war das absolut Wahnsinn. Es war eine Riesenparty. Wir sind danach noch nach Zwickau auf dem Hauptmarkt, die Spieler auf dem Balkon. Also das war auf jeden Fall das sportliche Heidemann. Man hat sich so ein bisschen gefühlt wie der FC Bayern letztendlich. Ja, man darf es ja nicht vergessen, elf Jahre zuvor wart ihr in der Landesliga Sachsen. Und das ist schon, jedem war klar, dass der FSV Zicker dort nicht in die Landesliga gehört. Aber manch großen Klub dachte, er gehört in eine größere Liga und hat es dann letztendlich nicht geschafft. Mir gelangt hat sich dann der Aufstieg in die dritte Liga, damit eben in den Profifußball. Und dort wart ihr, jetzt muss man im Präteritum reden, sieben Jahre von 2016 bis 2023. So rein von Zahlen war das beste Ergebnis 2017 mit dem fünften Platz. Das schlechteste Ergebnis, klar, in diesem Sommer mit dem 19. Platz und damit dem Abstieg. Kann man sagen, diese sieben Jahre Profifußball waren sportlich eine gute Zeit und waren eben auch wichtig, um die Fanszene so stabil zu machen, zu vergrößern, die Zugkraft des Vereins zu vergrößern. Also waren das sieben gute Jahre? Also unter dem Aspekt, den du zuletzt gesagt hast, auf jeden Fall. Also man hat das schon im Prinzip nach einem halben Jahr gemerkt, ich meine, das waren ja zwei Dinge. Muss man vielleicht noch ein bisschen trennen, es waren zwei Dinge. Zum einen der Aufstieg, die dritte Liga, die neuen Gegner, zum anderen das neue Stadion. Also den Effekt hat man auf jeden Fall doppelt mitgenommen, sage ich mal. Welcher Anteil dann wie hoch ist, lässt sich natürlich im Nachhinein jetzt nicht trennen, weil es eben parallel passiert ist. Wir hatten ja auch noch das Glück, in Anführungsstrichen. Die einzige DFB-Pokal-Teilnahme seit 1998 hatten wir, war das erste Spiel im neuen Stadion, direkt ausverkauft gegen den Hamburger SV. Das ist ein super Spiel gemacht, 1-0 verloren, ganz knapp. Ein volles Stadion gehabt, sofort die Atmosphäre mitgenommen. Ganz vielen Leuten, die wahrscheinlich Jahre, Jahrzehnte nicht beim FSV waren, dort ein Bild vermittelt. Und das war quasi der Startschuss in die dritte Liga, der Startschuss ins neue Stadion. Und dann hat man schon gesehen, dass wir als Verein, mitgliedertechnisch im Umfeld, aber auch als Fanszene gewachsen sind. Zumindest bei Heimspielen. Wir sind immer noch im Vergleich, wenn man sich die Bilder anguckt und so sind wir, könnten wir, zumindest aus meiner Sicht, auch auswärts könnten wir eine, hätten wir mehr Potenzial oder gäbe es, gibt es Potenzial nach oben, um da noch ein bisschen mehr rauszuholen, einfach sage ich mal. Also da sehe ich nicht so, dass da alles ausgeschöpft ist, aber es ist absolut wahr, dass das für uns sieben absolut gute Jahre waren. Und ich erinnere mich noch an die Rückfahrt aus Plauen, da zu dieser Feier und dem Auto, in dem ich da saß und wir haben gesagt, es ist ein absolutes Geschenk. Keiner von uns hat damit gerechnet, dass wir drin bleiben. Wir wussten, dass wir etatmäßig nicht im Ansatz mithalten können mit den großen Playern, die damals auch schon in der dritten Liga waren. Und dass aus diesem einen Jahr dann sieben Jahre geworden sind, war ein absolutes Geschenk und war eine absolut gute Zeit. Also man muss auch jetzt unter dem Aspekt, wie traurig das auch immer ist, dass wir abgestiegen sind, muss man einfach auch sehen, wo wir hergekommen sind, wie das Umfeld und die Kapazitäten bei uns sind. Und aus dieser Warte war das absolut positiv. Wenn du die Umfeld und die Kapazitäten ansprichst, du hast ja das neue Stadion angesprochen, das ist natürlich schon eine gute Voraussetzung, also so ein Stadion zu bekommen, als, 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 also du hast ja gesagt, das war in einer Zeit, wo ja noch nicht im Profifußball angekommen war, beziehungsweise also noch nicht in der dritten Liga, dass die Regionalliga auch so ein bisschen Hälfte, Hälfte, ist auch klar. Aber das ist ja schon, das sind ja schon sehr gute Voraussetzungen, dass man so ein Stadion bekommen hat. Ja, absolut. Das war letztendlich auch ein Geschenk, muss man so sagen. Das hat der damalige, der damalige Vorstand, der 2010 quasi im Niedergang gekommen ist, der sagt Gerhard Neff, der da eine große Rolle mitgespielt hatte, der an Zwickau vernetzt war wie damals wahrscheinlich kein anderer. Der, der, dass das Stadion letztendlich gekommen ist, hat er mindestens eine große Aktie daran, auch wenn wir damals, ich weiß nicht, erinnere ich mich noch, eine Kampagne gemacht hatten, wir wollten unbedingt im Weser bleiben, wir wollten, wollten das neue Stadion eigentlich nicht. Wir hatten Räumlichkeiten damals noch in unmittelbarer Nähe vom Westsachsenstadion, wir waren, der Verein kommt daher, der hat dort immer gespielt, ne? Und das ist ja so, insgesamt, das weißt du auch, in den Fanszenen, es ist ja immer so ein bisschen, man tut sich da anfänglich schwer mit Veränderungen, mit Neuen, ne? Man will sich ja auch immer so ein bisschen die Wahrheit der Tradition sein, aber ich muss sagen, das Stadion an sich ist aus meiner Sicht ein super Drittliga-Stadion, oder an sich ein super Stadion. Die Lage ist, mal abgesehen vom Wind, der vielleicht manchmal ein bisschen stark weht, ist die super, die Infrastruktur ringsherum ist super. Also, das war ein Geschenk und war eine super Voraussetzung, auch mit dem Geschäftsstellengebäude und allem drum und dran. Wie ist denn die Verbindung, so des Vereins zu Stadt und Umfeld, so grundsätzlich positiv? Ich würde sagen, die ist grundsätzlich positiv, ja. Auf jeden Fall. Ich würde auch sagen, die war im Verlauf der letzten Jahre, und das sage ich jetzt so ein bisschen außenstehend, einfach nur aus dem, was ich wahrnehme und denke, grundsätzlich immer positiv. Natürlich kann nie jeder mit jedem, das ist klar. Aber an sich hat die Stadt zumindest seit 2010, ich glaube, um die Wende rum und um die erste Insolvenz rum war das ein bisschen anders, aber seit 2010 immer auch gewusst, was er am FSV Zwickau hat. Und umgekehrt hat der FSV Zwickau auch gewusst, was er an der Stadt hat. Und man ist sich da schon auch gegenseitig entgegengekommen und hat sich da unterstützt, wo man nur unterstützen konnte. Also ich glaube, das kann man schon so sagen. Dann erlaube ich mir die Frage, du sagst, neues Stadion, also beste Voraussetzung, relativ gute Verbindungen zu Stadt und Umfeld. Eigentlich sind eine große, engagierte Fanszene. Eigentlich doch beste Voraussetzungen für eine gute Vereinsentwicklung. Was sind dann die Probleme, vor denen der Verein insbesondere in der dritten Liga dann gestanden ist? Also ich würde, das ist eine gute Frage, wusste ich natürlich, dass die kommt in diese Richtung. Also ich würde sagen, das Hauptproblem, oder ich fange mal andersrum an, ich als jemand, der nicht im Verein involviert war und auch nicht so richtig bin, war tatsächlich auch so ein bisschen erschrocken darüber, dass man nach sieben Jahren dritter Liga und dem Abstieg dann jetzt quasi so ein bisschen das Gefühl hatte, dass es keinen so richtigen Plan B gab. Und dann, jeder beschäftigt sich ja auch so ein bisschen über die Grenzen des eigenen Vereins hinaus. Und wenn man dann eben liest, zum Beispiel der Karlsruher SC steigt ab und wir müssen das Personal auf der Geschäftsstelle von 36 jetzt auf 24 runterfahren und das Social Media Team von 5 auf 3 oder vergleichbare andere Vereine, Offenbach und wie auch immer. Also was da für Apparate, für Infrastrukturen auch aufgebaut waren oder sind bei anderen. Und in Silica war dann so ein bisschen der Abstieg war da und okay, jetzt stehen wir ohne Hose da letztendlich. Das ist ja auch das, was im Prinzip die Kampagne transportiert hat, dass wir wirklich am Abgrund standen. Und jetzt kommt aber das Aber. Wir sind, hatten wir ja vorhin, sechs Jahre nach einer Insolvenz und einem letztendlich völlig am Boden liegen aufgestiegen. Vielleicht sogar ein bisschen überraschend. Also es war zwar das zweite erfolgreiche sportliche Jahr, wir waren ja davor schon Zweiter geworden hinter Magdeburg, hatten da lang oben mitgespielt, 2015 schon, waren dann aufgestiegen. Und dann waren wir quasi in dieses tolle Becken dritte Liga geworfen worden, wo wir aber mit Kalibern nun zu tun hatten, die sportlich und finanziell natürlich eine ganz andere Liga gespielt haben. Und der FSV Zwickau war einfach sieben Jahre lang damit beschäftigt, einfach auch zum Wohle aller, und das ist absolut kein Vorwurf, sondern das ist eher der Respekt, der den allen Wirkenden da zu entgegenkommen muss, war damit beschäftigt und hat es irgendwie geschafft, immer wieder eine Mannschaft auf die Beine zu stellen, die konkurrenzfähig war. Aber auch jetzt in dem Abstiegsjahr bin ich davon überzeugt, dass die Mannschaft nicht zwingend hätte sportlich absteigen müssen. Ich meine, am Ende steigen immer welche ab, aber auch hier lag das nicht allein daran, dass die elf Spieler, die jeweils auf dem Platz standen, die deutlich schlechtere Mannschaft waren. Sei es drum. Was ich eigentlich sagen will, ist, dass einfach die Kapazität, die Vorstände, die Aufsichtsräte, die Mitarbeiter auf der Geschäftsstelle, die Kapazitäten gingen sieben Jahre lang in die erste Mannschaft, um eine sportliche, konkurrenzfähige Mannschaft auf die Beine zu stellen. Und was leider offensichtlich jetzt zu kurz gekommen ist, ist, sich infrastrukturell auch ein bisschen mehr zu professionalisieren und ein bisschen auf sichere oder stabilere Beine zu stellen. Und dazu kommt eben noch, dass Zwickau, auch wenn wir das große VW-Werk haben, das ist, die Fußballfans wissen das, das ist abgekoppelt, weil der Standort, das mag ein riesiger wirtschaftlicher Standort sein, aber finanziell bringt es dem FSV Zwickau nicht das, was es bringen könnte, weil einfach die Sportförderung von VW, die wird in Wolfsburg gemacht und festgelegt. Und also insgesamt sind wir in einer strukturschwachen Region, die auch viel mit Abwanderung zu kämpfen hat, mit wirtschaftlicher Abwanderung, mit menschlicher Abwanderung, von Wegzug und so weiter und so fort. Und dieses, der Pool, und dazu kommt noch, dass unmittelbar daneben der FC Erzgebirge Aue, der Chemnitzer Fußballklub, Abhof, in Bayern interessiert sich kein Mensch für den FSV Zwickau, 25 Kilometer, westlich liegt Kreiz, in Thüringen ist, sag ich mal, das Interesse, da kommt dann auch eher Gera, Jena, dann ist mit Red Bull ein Bundesligist entstanden, der auch viele Fans, viele kleine Unternehmen da an sich gezogen hat und ganz oben drüber Dynamo Dresden, die ja auch eine gewisse Strahlkraft in ganz Sachsen haben. Das heißt, das Potenzial an wirtschaftlicher Zugkraft, die ist einfach begrenzt in Zwickau. Und man hat es, deswegen habe ich das eingangs gesagt, man muss es wirklich schon auch zum Teil mit Bewunderung sagen, dass man es immer wieder geschafft hat, eine konkurrenzfähige Mannschaft auf die Beine zu stellen, aber das hat eben viel Kraft gekostet. Es hat offensichtlich auch immer ein bisschen mehr gekostet, als es hätte kosten dürfen. Und das hat dann letztendlich dazu geführt, dass wir in die Situation gerutscht sind, in der wir jetzt sind. Und um das zu besprechen, müssen wir uns den Verein und die Struktur anschauen. Eine letzte Frage rund um diesen sportlichen Verlauf in den letzten Jahren. Joe Ennox ist für mich so eine Überraschung. Ich kannte ihn nicht, also kannte ihn schon vom Gesicht her, aber jetzt nicht tiefer, als er verpflichtet wurde und fand, Mensch, das passt irgendwie zusammen und war dann genauso überrascht, wie ich war über die Verpflichtung, war dann über die Entlassung du auch? Oder war das eben so ein letzter Versuch, den man machen will? Es war so, dass in dieser Abstiegssaison, das war so eine Sache, wo ich dachte, irgendwie passt das jetzt nicht. Das ist eine sehr schwierige Frage. Und im Nachhinein ist man immer schlauer, das will ich auch eigentlich. Nein, also ich war tatsächlich nicht überrascht. Ich bin aber, und das ist aber eine absolut persönliche Meinung, ich bin der Meinung, dass der Schritt vielleicht sogar einen Tick zu spät kam. Also ich saß auch öfters mit Joe am Tisch und wir kannten ihn. Und er ist auch einer der, also er ist ein Trainer, der überhaupt nicht mehr aus der Zwickler-Fußballgeschichte wegzudenken ist. Er hat auch zu Recht eine Plakette an unserer Ehrentafel bekommen. Aber aus meiner Sicht hat es sich, und das ist jetzt wirklich nicht von Insiderwissen geprägt, sondern das, was meine absolut auch zu dieser Zeit schon Ansicht gewesen hat, ist Joe zu einem gewissen Zeitpunkt nicht mehr an die gesamte Mannschaft als Einheit herangekommen. Und das ist auch das, was ich vorhin so ein bisschen andeuten wollte, als ich gesagt habe, aus meiner Sicht hätte die Mannschaft nicht absteigen müssen. Das kann, da kann jetzt, da kann jetzt unser ehemaliger Sportdirektor, ich weiß nicht, ob Toni Wachsmuth uns jetzt hört, da kann jetzt natürlich sagen, das ist totaler Käse. Und kann da, kann das absolut begründen, dass das, dass das Quatsch ist, was ich sage. Aber ich denke, ich denke, da, da war dann irgendwann ein Zeitpunkt, das ist ja eigentlich bei allen Trainern so, irgendwann hast du einen Zeitpunkt, wo du vielleicht, wo vielleicht was vorgefallen ist, wo vielleicht irgendwie irgendeiner mit dem anderen nicht mehr kann, weil er mal eine SMS an den falschen Absender geschickt hat oder was auch immer. Da gibt es ja tausend Sachen, die da passiert sein können. Absolute Spekulation, aber ich habe das Gefühl gehabt, dass man aus der Mannschaft spätestens, sag ich mal, ab dem 16., 17. Spieltag hätte mehr rausholen können, wenn man einen anderen Input nochmal gesetzt hätte. Und das aber, deswegen hat es mich nicht überrascht, dass am Ende der Schritt gegangen wurde. Mich hat der Zeitpunkt vielleicht ein bisschen überrascht, tatsächlich. Aber ja, das jetzt, wie gesagt, hinterher sind wir immer schlauer. Jetzt ist es so, wie es ist. Und jetzt können wir es auch nicht mehr rückgängig machen. Dann lass uns zur Struktur kommen, denn wir wollen ja irgendwie über einen Investor reden. Und wenn es einen Investor geben kann, muss ja was ausgegliedert sein. Und das ist 2020 passiert. Der FSV Zwickau hat eine GmbH ausgegliedert. Was ich gefunden habe, waren 88 Prozent Zustimmung. Das klingt ja nach relativ großer Akzeptanz. Also ist der Verein grundsätzlich offen für Investoren? Ja, also 88 Prozent ist tatsächlich groß. Ich habe die Zahl nicht mehr im Kopf gehabt. Wir haben uns als Fanszene damals, auch damals schon, auch im Voraus schon, als diese Ausgliederung zur Debatte stand, waren wir mit involviert. Oder ja, wir waren mit involviert, haben da mit zusammengesessen, mit älteren Fans, mit jüngeren Fans, mit Partnern und Partnerinnen, die sich auch damit befasst haben. Auch zu dem Zeitpunkt hat der Vorstand und die Geschäftsstelle immer mit offenen Karten gespielt und hatten immer ein gutes Verhältnis. Das muss man vielleicht auch nochmal sagen, dass das immer ein großes Pfund Kontinuität und auch Umgang auf Augenhöhe, sowohl im Sportlichen als auch im Drumherum, war immer ein Faktor, der, denke ich, auch dazu beigetragen hat, dass wir die sieben Jahre so durchgehalten haben. Und ja, wir haben dann... Letztendlich eben genau aus dem, was ich vorhin gesagt hatte, dass das Potenzial begrenzt ist in Zwickau, was die finanziellen Mittel betrifft. Und diese Option, dort einen Investor zu holen... Und damals war es ja noch so, damals war ja die Not nicht da. Als das entschieden wurde, war es ja nicht so, wir brauchen jetzt jemanden, der jetzt kommt, der dann auch ein gewisses Druckmittel vielleicht mitbringt oder hat, sondern wir wollten eine... Oder es sollte eine Option geschaffen werden, dass jemand von außen in einem gesunden Verein, der sportlich solide arbeitet, der ein ruhiges Umfeld hat und sich in der dritten Liga ja 2020 dann auch schon etabliert hatte, eine gewisse Achtung ja schon irgendwie auch erspielt hatte, sollte die Option geschaffen werden, um eben nicht mehr so krass am Hungertuch nagen zu müssen, sondern vielleicht auch mal eine Saison im etwas ruhigeren Fahrwasser. Und was in Zwickau gemacht wurde, ohne dass ich da die mit dabei war oder die Details kenne in der Tiefe, aber es wurde begrenzt, also es konnte maximal ein Investor 10% der Anteile erwerben und das auch nur mit Zustimmung der Mitgliederversammlung. Sprich, man hat sich da so ein bisschen an... Auch damals mit Jena in Verbindung gesetzt, mit Magdeburg in Verbindung gesetzt, mit Vereinen in Verbindung gesetzt oder mit den Fanszenen, also wir als Fanszenen, mit den Fanszenen, die vielleicht schon... Die Erfahrungen, vielleicht auch schon negative Erfahrungen gemacht haben und haben da versucht, dann auch unseren Input mit an die Vereinsbuchung heranzutreten, die ja logischerweise nicht ausschließlich die Brille der Fanszene aufhat, sondern natürlich erst mal wirtschaftlich denkt. Und aber auch damals schon konnten gewisse Eckpunkte und gewisse Argumente dort überzeugen und da hat man sich dann eben geeinigt und hat das auch gemeinsam vorgetragen auf der Mitgliederversammlung und ist dann eben zu dem Entschluss gekommen, dass die Mitgliederversammlung dem auch gefolgt hat und deswegen hat man damals die Optionen geschaffen. Ich habe insgesamt, glaube ich, dreimal gefunden, dass in den Medien kolportiert wurde, dass ein Investor vor der Tür stand. Das war damals zu diesem Zeitpunkt. Vor der Diskussion hat man dann was gelesen, dann vor einiger Zeit und jetzt eben sehr kürzlich. Und dabei geht es um einen Investor, der offensichtlich Berater des Trainers war, der jetzt dann die letzten Monate und Wochen den FSV Zwickau betreute und der war früher Sportdirektor von Rot-Weiß Aalen. LR Aalen, glaube ich, oder? Ja. Auf jeden Fall eines Vereins, der eine gewisse Bedeutung hatte und, das kann man auch sagen, es gibt ein Urteil aus 2013, wo der damalige Staatsanwalt sagt, sechs Betrugsfälle, da kann man schon von einem wesentlichen Teil des Erwerbslebens durch Betrug reden. Also das hat ein Staatsanwalt im Rahmen des Verfahrens gesagt, um so einen Eindruck zu bekommen. Da ist eine ganze Menge vorgefallen. Wer die Suchmaschine anschaltet, findet da auch doch eine recht beeindruckende Details. War es das, was euch aufgeschreckt hat? War es grundsätzlich, dass ein Investor war? Das kann es ja eigentlich nicht sein, weil du ja gerade erklärt hast, dass man sich eigentlich dem Thema Investor öffnen wollte. Was war so insgesamt, was euch aufgeschreckt hat? Dass ein Investor kommt, an sich, das war es nicht. Und das war, ohne dass zu dem Zeitpunkt Details bekannt waren, wie prekär die Situation beim FSV Zwickau ist oder war, wussten wir natürlich, dass mit dem Abstieg und dem Wegfall des Fernsehgelds eine Saison auf uns zukommen wird, die enorm schwierig zu stemmen sein wird. Die Suchmaschinen haben natürlich wir auch alle angeworfen und die Details sind dann auch, haben wir relativ schnell die Runde gemacht. Aber ich glaube, es war trotzdem, also es hat zumindest in unseren Szene und Fankreisen gar nicht unbedingt die Abschränkungen stattgefunden, die vielleicht hätte damals schon stattfinden sollen oder können, weil man zum einen natürlich überhaupt nicht drinsteckte in den Verhandlungen oder in den Gesprächen. Man wusste nicht, wie die liefen. Und wie gesagt, wir hatten immer ein gutes Verhältnis zum Verein, haben es auch nach wie vor und haben den Leuten auch einfach da ein Stück weit vertraut, kann man schon so sagen, dass die eine Entscheidung treffen, die unterm Strich zum Wohle des Vereins ist. Also, ja, das kann man schon so sagen. Ja, so würde ich zumindest die Frage erstmal beantworten. Also, das aufgeschreckte, ja, aber es war nicht so, dass das dazu geführt hatte, boah, nee, auf keinen Fall. Aber offensichtlich war ja dann der Investor schon sehr nah am Verein. Es gab wohl personelle Forderungen und es gab dann eben auch ein paar Entscheidungen mit der Verabschiedung von verdienten Spielern, die bei euch auf sehr großes Missfallen gefallen sind und wo dann letztendlich auch ein Diskussionsprozess losging. Genau, das war dann eher der Punkt. Also, das ist ja, das ist jetzt nicht der riesige zeitliche Abstand gewesen, aber was dann, und das kann ich jetzt nicht mehr rekonstruieren, aber wirklich ist es so viel passiert seitdem, du machst dir gar keinen Kopf, was da, was seitdem, aber was dann gewesen ist, es ist so ein bisschen durchgesickert, es ist ja ein Zweck aus klein, ne, und jeder kennt jeden und das ist oft von Vorteil, aber manchmal ist das auch so ein bisschen von Nachteil. Und es hat dann am letzten Spieltag schon so ein bisschen die Runde gemacht, dass der Investor da ist und dann, das haben wir uns eben gewundert, dass manche Spieler, und dann ausschlaggebend war, dass wir auch einen guten Draht zu vielen Spielern hatten, ne, und man sich kennt und dass da dann auch so ein paar Sachen einfach durchgesickert sind, die einen dann einmal aufhorchen lassen. Also, ich glaube, das war eher der letzte Spieltag und die Situation mit den Spielern, die hat dann dazu geführt, dass wir so gedacht haben, hey, wow, jetzt ist irgendwie, jetzt ist irgendwie so ein Punkt erreicht, wo Spieler dann gesagt haben, dass sie unbedingt bleiben wollen, dass sie bereit sind und auch wissen, dass in der Regionalliga nicht das Gehalt gezahlt werden könne, was in der dritten Liga, also wo man quasi einen Willen und einen Wunsch von Spielern gespürt hat als Fanszene, als Kurve und dann sich so gedacht hat, hey, selbst wenn der als alter, als erfahrener Spieler dann erst mal nur auf der Bank sitzt oder im Training da nur so ein bisschen jüngere Spieler anleitet, aber denen jetzt einfach so, hey, das geht gar nicht, das ist irgendwie das, das haben wir uns nicht aufgebaut in den letzten zehn Jahren, dafür haben wir nicht vertrauensbildende Maßnahmen geschaffen, um dann eben so Spieler zu konfrontieren und so davon, wie wir das immer geschrieben haben, auch in unseren Veröffentlichungen so vom Hof zu jagen. Und ja, dann ist das ja auch, das ist ja auch durch die Presse gegangen, zum einen ist durch die Presse dann gegangen, dass ein Investor kommen soll, ich glaube, der ist dann sogar nach diesem Spieltag namentlich genannt worden, das erste Mal und das mit den Spielern ist und das hat nicht nur bei uns in der Fankurve, sondern das hat wohl auch bei dem Einstiegsteam, also bei dem Investorenteam, hat das auch für Unruhe gesorgt und da war dann das erste Mal so ein bisschen Spannung wohl auch da. Ja und dann ging das noch so ein bisschen, diese Unruhe, die da quasi entstanden ist, die ging da noch so ein bisschen hin und her, das war nicht mehr so super lang, wenn ich das jetzt, wenn ich das jetzt richtig zusammenbringe. und irgendwann haben wir uns als Fanszene dann ein Herz gefasst und haben quasi gesagt, hey, passt auf, wir haben dann uns zusammengesetzt und ein Herz gefasst und haben dann dem Verein gesagt, wir halten zu euch und wir stehen zu euch und wir sind bereit, Verantwortung zu übernehmen und alles zu tun, was wir tun können, auch wenn ein Investor, der vielleicht die einfachere Lösung ist, nicht kommt und wir wissen, dass es schwer und wir wissen, dass es steinig werden kann, aber wir stehen bereit, diesen Weg mitzugehen und das Vertrauen euch auszusprechen und wir würden auch in dem Fall hinter dieser Entscheidung stehen. Und der Verein hat dann mit 1. Juni dem Investor auch eine Absage erteilt, hat dann in der Erklärung auch darauf verwiesen, dass man gemeinsam mit Fans, Sponsoren, regionalen Partnern in anderen Weg gehen will, der zwar große Kraftanstellung braucht, aber wo man sicher ist, dass der den eigenen Werten eben dann eher entspricht als der andere und es muss ja dann einen Dialog zwischen Vereinsführungen und euch gegeben hat und die Pressemitteilung oder es klingt so, dass im Ergebnis alle dann auf dieses Ziel geeicht waren, zu sagen, wir versuchen das jetzt mit einer großen Kraftanstellung und da klingt nach einer großen Einigkeit. Das klingt nicht nur so, das war tatsächlich so. Wir haben ja dann auch in der Konsequenz daraus, also wir haben in der Konsequenz dieses Angebotes von uns zu unterstützen, wo es auch kann, wo es auch geht. Das führte ja nicht nur dazu, dass wir verschiedene Kampagnen und verschiedene Dinge gemacht haben, die wir bis jetzt eben machen und gemacht haben, sondern wir haben ja auch personell dem Verein dann unterstützt. Es ist ein Vertreter aus der Fanszene in den Vorstand berufen worden. Es ist ein Vertreter aus der Fanszene in den Aufsichtsrat kooptiert worden. Es sind Arbeitskräfte, die aufgrund von einer absolut höchst prekären finanziellen Situation im Juni entlassen werden mussten, also Geschäftsjamm-Mitarbeiter, Fanclub-Mitarbeiter, die einfach, wo einfach radikal erstmal gesagt werden mussten, es geht jetzt gerade nicht weiter. da ist überbrückt worden, mitgeholfen worden, die Dauerkartenverkäufe, also wenn quasi die Kassenhäuschen jetzt offen sind, das machen, da sitzen Mitglieder der Fanszene und verkaufen Karten bei den, bei den, naja, wie sagt man es jetzt so, bei dieser Informationsveranstaltung, die jetzt im Stadion stattgefunden hatte, das sind die Catering und die Imbissangebote von Mitgliedern der Fanszene aufgefüllt wurden. Also man hat halt wirklich nicht nur ideell und finanziell, sondern man hat eben auch mit Manpower und Frauenpower geholfen, dort mit anzupacken. und das hat neben all dem, was in den letzten Jahren schon entstanden ist und neben all dieser Vertraulichkeit und dem engen Zusammenrücken, was es ohnehin schon gab, man kannte sich auch vorher schon, also da, das, ne, hat das natürlich auch nochmal dazu geführt, dass das Vertrauen und das, das gemeinsame Ziel und die, und einfach der, das Gegenüberstehen auf Augenhöhe nochmal, nochmal noch ein Stück weiter zusammengewachsen ist und wir hatten das, es ist nicht nur so, um das vielleicht als ein bisschen lustige Anekdote anzusprechen, es ist nicht nur so, dass wir quasi jetzt Leute da in die Geschäftsstelle mit gebracht haben, jetzt bei der letzten Infoveranstaltung ist der Geschäftsführer Martin Klotzkowski auf unser Karbo-Protest hochgeklettert und hat vom Karbo-Turm aus die Ansprache zu den Leuten gehalten, die davor standen. Also, ja, es ist dort wirklich eine, bei allem, bei allem, bei aller Anspannung, die mit Sicherheit jeden Tag auf der Geschäftsstelle herrschen wird, ist dort eine Basis geschaffen worden, die für eine sehr vertrauensvolle Zusammenarbeit steht. Und das ist die Voraussetzung, dass man letztendlich eine große Kampagne starten kann, dass es in der letzten Woche mit einer Pressekonferenz erstmalig kommuniziert wurde, ihr seid in allen sozialen Medien präsent, das klingt nach sehr vielen, die mitbeteiligt sind. Ich nehme an, Geschäftsstelle, Vorstand, Aufsichtsrat, Fanszene, die sind so diejenigen, die so die Aufgaben, was weiß ich, Twitter-Account, den Account, etc., so sich aufgeteilt haben, dass sie die ganzen Maßnahmen stemmen. Das muss ja ein relativ großes Team sein, weil es ist ja wirklich sehr viel zu tun und ich finde, ihr seid sehr, sehr breit präsent, also klar, in den sozialen Medien musst du ja machen, ihr habt, die verschiedenen Produkte müssen gemanagt werden, die man dort kaufen kann, das ist ja schon ein ganz, braucht ihr ein großes Team. Ja, es ist fast so, wie du sagst, wir haben tatsächlich, also die Kampagne ist tatsächlich, ich würde mal sagen, eigentlich fast ausschließlich aus der Fanszene gerade oder wird ausschließlich aus der Fanszene gestemmt. wir haben bewusst eigene Accounts erstellt, also es gibt, es läuft nicht über den FSV Zwickau, um zum einen, zum einen auch das Gefühl zu geben, dass das Geld nicht sofort in ein, in Anführungsstrichen, schwarzes Loch fällt und das ist ja sofort weg und die Kommentare gibt es natürlich trotzdem, alles was in Spende, alles was in Spende geht und so weiter und so fort. Also wir haben da versucht, zum einen das zu transportieren, was es letztendlich ist, nämlich, dass wir als Fanszene diesen Aufruf gestartet haben, wir als Fanszene dieses Geld sammeln wollen. Wir haben auch bewusst uns dafür entschieden, nicht den FSV Zwickau e.V. als Anmeldenden und Trägerverein zu nehmen, sondern den Förderverein vom FSV Zwickau. Also es ist wirklich zum Teil losgelöst. Natürlich sammeln wir für den FSV Zwickau und natürlich stehen wir auch gerade mit dem Vorstand und dem Aufsichtsrat in absolut enger Abstimmung, aber ohne dass ich deren Terminkalender kenne, haben die mit, wir hatten zum Start der Kampagne, ich glaube, neun Feldspieler unter Vertrag und kein Torwart. Wir hatten noch keinen Co-Trainer, geschweige denn Athletiktrainer oder irgend so was. Also die Aufgaben, die die zu tun haben gerade, die sind auch ohne die Kampagne zu managen enorm. Und wir haben da tatsächlich, das muss man sagen, es gibt, ja, wir haben da, also wir sind ja eigentlich sehr Social Media-Scheu, ne, zumindest was unser Auftreten als Fankurve und Fanszene betrifft, aber wir haben ja natürlich trotzdem ein großes Netzwerk durch, ja, die Gründung vom Blickfang Ultra kommt aus Zwickau, ne, wir sind gut vernetzt mit Erlebnisfußball, wir sind, man kennt sich, wir sind eine der Ältesten, oder wir haben in Zwickau eine der Ältesten Ultra-Gruppen Deutschlands, entsprechend ist das ja oft, auch wenn man mal irgendwo ist, ist das ja wie ein großes Klassentreffen und wir haben da natürlich so ein bisschen vorgefühlt, wir haben so ein bisschen abgeklopft, hey, hey Jena, wie lief das bei euch damals mit der Südkurve und, hey, wie war das bei euch und dann alle möglichen abgefragt und haben uns dann breit aufgestellt, das ist so, also die, den Twitter-Account betreut eine Person, den YouTube-Account betreut, eine andere Person, für Insta haben wir drei oder vier Leute, die das so ein bisschen parallel betreuen, wir haben ja auch alle, das kommt ja auch noch dazu, wir sind damals 2010, als wir das in einem ähnlichen Team gemacht haben, das ist personell tatsächlich gar nicht so anders, aber damals habe ich studiert, da habe ich gedacht, das hat überhaupt keine Rolle gespielt, wenn ich da mal in der Woche nicht gegangen bin, dann habe ich das irgendwie wieder rausgeholt, mittlerweile hat man Familie, einen Job, das läuft quasi alles parallel, aber ohne da jetzt Eigenlob stinkt, aber auf jeden Fall, die Frage wird sicherlich noch kommen, sind wir Stand jetzt sehr zufrieden, wie das angelaufen ist, vielleicht sogar ein bisschen überrascht, über die tatsächlich überwiegend positive Resonanz, über den vielen Mut, der zugesprochen wird, über die schon geschehene Anteilnahme, auch hier die Möglichkeit zu haben, darüber zu reden, da ist ganz viel, also man sieht, dass auch wenn wir wenig präsent sind in den sozialen Medien und dass auch die Vorarbeit, die 10 Jahre, 20 Jahre davor in Fanscenes geleistet wurde, dass quasi die Bekanntheit, die Zwickau hat und ja, dass wir irgendwie ein Verein sind, der gemocht wird und wo man irgendwie, auch wenn man uns nicht super gut leiten kann, keiner will so richtig, dass wir von der Bildfläche verschwinden und irgendwie fühlt sich da jeder so ein kleines bisschen oder viele so ein kleines bisschen angestachelt zu sagen, hey, das sind eigentlich dufte Jungs und Mädels da, die machen hier seit 25 Jahren richtig gute Arbeit, die machen gute Texte, die haben, da passiert was Cooles und jetzt passiert auch noch mit dem Verein zusammen was Cooles und die versuchen da was aufzubauen, was wir uns in Augsburg, Paderborn, keine Ahnung, wünschen würden, hey, das lohnt sich, die zu unterstützen. Und die Unterstützung erfolgt ja auch über die Landesgrenzen hinweg, also wenn ich sehe, Blick in Österreich, der Palästerer, Austria-Salzburg, der Verein Austria-Salzburg weist darauf hin, also das ist eine Resonanz, die ist sehr, sehr eindrucksvoll, also so empfinde ich das und offensichtlich eher auch. Vielleicht kannst du ganz kurz nochmal für diejenigen Hörerinnen und Hörer, die heute das erste Mal mit der Kampagne in Kontakt geraten. Was kann ich tun, um euch zu unterstützen? Genau, also wir haben letztendlich die Kampagne ja ins Leben gerufen mit einem ja eigentlich illusorischen Ziel von 500.000 Euro, weil es ging ja immer die Zahl rum, wir haben eine Lücke von 700.000 Euro, die ist im Etat einfach da, die kriegen wir nicht gedeckelt. Und dann haben wir ein bisschen vorgeschaltet, haben wir die Dauerkarten-Kampagne gestartet, vielleicht noch, ich hole ein kleines bisschen aus, das ist okay, aber dafür, das muss ja auch stimmen dann am Ende, nicht, dass dann irgendjemand denkt, was erzählt der hier und dann, ich habe ganz andere Zahlen gelesen und wir haben die Dauerkarten-Kampagne gestartet und haben eben gesagt, auch damals schon, da war die Idee von dem Crowdfunding, wenn überhaupt, dann in den Kinderschuhen, hey, wir müssen aus der Dauerkarten-Kampagne ein bisschen mehr rausholen als das, was eigentlich ist, weil am Ende ist das ja auch nur Geld, was man letztendlich aus der Saison rauszieht und nur ein bisschen eher verfügbar macht. Und da hatten wir die Idee, dass wir eine Investorendauerkarte schaffen, indem man nämlich die Möglichkeit hat und den Leuten die Möglichkeit gibt, mehr zu bezahlen. Man konnte dann, Stufen habe ich auch schon wieder vergessen, zu viel im Kopf, aber ich sage jetzt mal, man konnte 25 Euro, 50 Euro, 70 Euro und 150 Euro zusätzlich bezahlen und hat dann jeweils ein Goodie dazu bekommen, also einen Beutel, einen Beutel und ein T-Shirt, ein Beutel, ein T-Shirt und ein Buch und eine Stadionführung. So, ganz grob. Und das war ein super Erfolg. Wir haben dort innerhalb von vier Tagen hatten wir 600 Dauerkarten verkauft und über die zusätzlichen Prämien hatten wir quasi schon das Ziel, was wir dort so intern ausgegeben hatten für uns von 200.000 Euro hatten wir in Sack und Tüten. Damit war dem FSV unfassbar geholfen, weil es konnten die dringlichsten Verbindlichkeiten erst mal beglichen werden. So, und dann saß man wieder zusammen und okay, es fehlen noch 500.000 Euro und dann haben wir so hin und her überlegt und man kann ja auch, das muss man auch sagen, man kann ja auch nicht immer nur, also der Zwickauer, ich zähle mich da selber mit dazu, man ist klar, natürlich emotional verbunden, aber man kann, irgendwann ist auch so eine, so eine Grenze bei jemandem erreicht, der zwar gerne ins Dördchen geht und den Verein im Herzen trägt, aber, sag ich mal, nicht so tief drin steckt und nicht so ganz so eng verwurzelt ist, wie der ein oder andere von, von uns das vielleicht ist. Und da haben wir gesagt, okay, wir müssen uns was anderes einfallen lassen. und da sind wir dann auf die Idee des Crowdfundings gekommen und haben gesagt, eigentlich passt das, die Situation, die bei uns gerade ist, dass wir den Investor mit verhindert haben, dass auf der DFL-Mitgliederversammlung 50 plus 1 aufrechterhalten wurde und auch dort ein Investoreneinstieg verhindert wurde. Das heißt, das war sowieso ein bisschen Thema. 1860 München ist ja auch immer so was, was immer irgendwie durch die Medien geistert. Hertha ist abgestiegen, trotz unfassbaren Millionen von Investoren. Also das Thema war irgendwie so da und wir haben gedacht, hey, wir nutzen das. Und wir haben gedacht, wir sind eine Gruppe und eine Szene, die irgendwie nie groß nach Beachtung oder nach Aufsehen sich bemüht und die nie irgendwie die Leute nervt. Und da haben wir gedacht, hey, jetzt ist es wirklich eins vor zwölf. Wir bitten einfach deutschlandweit, europaweit um Unterstützung. Ja, und dann saßen wir zusammen in der Runde und in dem Team, in dem wir ja schon vor 14 Jahren zusammen saßen, als wir uns dann entschieden haben, Zäune zu streichen und Spielerpatenschaften ins Leben zu rufen und haben dann uns eben entschlossen, die Kampagne ins Leben zu rufen. Und die Kampagne sieht jetzt folgendermaßen aus. Wir haben das Ziel, es gibt ein Video da, es wird bestimmt später irgendwie hier noch verlinkt und so, aber ich kann es ja jetzt mal sagen, man kann über 99 funken, das ist die Host-Seite, das ist ein Partner der Sparkasse und dann Crowdfunding-Zwickau kann man quasi auf eine Seite kommen, bei der man spenden kann. Und in dem Video, in unserem quasi Initial- Werbevideo wird auch darum beworben und das ist so ein bisschen unser Gedanke gewesen, wir wollen einmal unser Stadion ausverkauft haben. Wenn es 10.000, so hat Matti das gesagt im Video, wenn es 10.000 Verrückte da draußen gibt, die 50 Euro geben, dann haben wir am Ende 500.000 Euro und letztendlich unsere Etat-Lücke geschlossen. Und es müssen natürlich keine 10.000 Leute sein, die 50 Euro geben, es können auch 100.000 Leute sein, die 5 Euro geben. Also, die Mindestspendenmenge ist da nicht vorgegeben, aber das ist so das Ziel. Und wie kann man uns helfen? Man kann uns eigentlich im Prinzip damit helfen, indem man entweder die Kampagne cool findet und sagt, hey, das ist ein super Ding, ich finde das richtig cool, was die Leute machen, aber ich habe gerade echt überhaupt keine Kohle, aber ich habe irgendwie hier so 100 Leute bei Instagram oder in meinem WhatsApp-Status, den sehen jeden Tag 250 Leute, da packe ich das jetzt mal rein, vielleicht zieht das ja einer und guckt sich einer an, der sich angesprochen fühlt und der Geld hat oder man spendet eben. Und wie das klassisch bei Crowdfunding-Kampagnen ist, da erfindet man natürlich jetzt das Rad auch nicht neu, gibt es da Anreize, um zu spenden. Und da haben wir, und ich hoffe, es ist jetzt nicht schlimm, dass ich es nicht ganz im Kopf habe, aber da haben wir einige Dinge quasi uns im Voraus einfallen lassen. Da kann ich vielleicht so ein bisschen spoilern, da kommen auch immer mal noch neue Dinge dazu. Ich meine, die Kampagne läuft insgesamt acht Wochen und wir sind jetzt gerade mal den fünften Tag online letztendlich. Ja, und dann haben wir uns auch überlegt, wie ist das? Also in Jena zum Beispiel war das so, da hat man schon ab einer relativ geringen Spendenmenge ein Schlüsselband bekommen oder sowas. Da haben wir auch erst überlegt, machen wir das auch, weil man ist natürlich irgendwie schon über jede Spende dankbar. Aber auf der anderen Seite, wenn wir jetzt 100.000 Spender hätten, die 5 Euro geben, dann müssen wir am Ende 100.000 Schlüsselbänder versenden. Das ist natürlich auch ein ganz schöner Aufwand, den wir einfach gar nicht stemmen können. Also haben wir jetzt aktuell, gehen die Prämien los ab einer Spende von 50 Euro. Da kann man sich ein T-Shirt dafür sichern mit dem Aufdruck Fußball gehört den Fans und das ist in der Farbe Schwarz-Weiß. Wenn man sich das gerne in seinen eigenen Vereinsfarben machen will, kann man das machen, individualisiert. Jede Farbe, jede Größe, jeder Schnitt kostet dann allerdings 75 Euro. Dann gibt es Biergläser mit Zwickau oder mit Fußball gehört den Fans-Logos. Es gab ein Buch, was glaube ich schon ausverkauft ist, wo wir aber in Prüfung sind, ob das eventuell vielleicht vielleicht nochmal aufgelegt werden kann kurzfristig mit dann natürlich nicht nicht in der in der Qualität und in dem Umfang. Das ist ein riesiges ein riesiges Hardcover. Aber vielleicht gibt es da die Möglichkeit, da sind wir jetzt in Prüfung, das war jetzt glaube ich auch schon ein Spoiler, da kriege ich jetzt bestimmt einen kleinen Rüffel dafür, aber es ist schon okay. Man muss ja auch mal was, was, ein Geheimnis verraten. Ne, Spaß beiseite. Ne, da gibt es auf jeden Fall, das ist ein Prozess. Da sind wir natürlich immer dran, da versuchen wir irgendwie auch in den Kommentaren mitzulesen. Es werden auch viele Sachen persönlich an uns herangetragen. Aber wir müssen bei aller, bei allem Wunsch, den wir auch haben, tatsächlich, also ich war auch so jemand, der gesagt hat, eigentlich müsste jeder Spender mindestens eine Postkarte kriegen. Habe ich ja vorhin schon gesagt, das machen wirklich ein gar nicht so großer Kreis aus der Fanszene, von denen jeder arbeitet und jeder Familie hat. und wir sind, wir haben jetzt das Dresden-Spiel vor der Brust nächsten Samstag, was auch wieder zu sehr großen Teilen über die Fanszene gestemmt wird. Und deswegen müssen wir auch trotzdem so ein bisschen gucken, bei allem, bei aller Dankbarkeit, die wir wirklich haben und bei allem Respekt auch vor allen Leuten, die dort irgendwie einen Euro oder fünf Euro geben, müssen wir so ein bisschen darauf achten, dass wir da einfach nicht unter die Räder kommen. Und ja, wie gesagt, sowohl das Geld wird ja erst mit Ende der Kampagne abgebucht, also es wird quasi, ich bin kein IT und auch kein Finanzprofi, aber das wird irgendwie geblockt und erst wenn quasi das Schwellenziel von 250.000 Euro erreicht wird, wird das Geld abgebucht, von denen die bezahlen wollen und bekommt das der Verein. Vorher ist das in so einer Schwebe, sage ich mal. Und wenn das dann passiert ist, dann kann man ja immer nochmal sich auslesen lassen und kann mal sagen, okay, wie ist das denn jetzt? Und dann kann man immer nochmal gucken, vielleicht sagen wir dann, hey, pass auf, jeder ab 30 Euro, der irgendwie zwischen 30 und 50 Euro, der kriegt jetzt nochmal ein geiles Poster oder irgend sowas. Also das ist jetzt überhaupt kein Versprechen, aber wie gesagt, das ist alles immer ein Denkprozess, das ist eine Ideensammlung, die da aufrechterhalten wird. Ich denke, das haben alle Hörerinnen und Hörer verstanden, was das für ein großer Zeitaufwand ist, was ihr da zu stemmen habt. Auch wenn ihr eine große Fanszene seid, ist es trotzdem immer nur ein kleiner Teil, der da sich engagieren kann, die Zeit aufbringen kann für die verschiedenen Sachen und den Link, den wird es auf jeden Fall in den Sendungsnotizen geben. Das bisherige Ergebnis ist schon sehr, sehr eindrucksvoll, aber so ehrlich muss man eben auch sein, das ist eben ein weiter Weg bis 500.000 Euro, das ist schon anspruchsvoll. Umso wichtiger ist, dass genau das, was du Rüdiger gesagt hast, dass man das eben teilt, kommuniziert, selbst wenn man selbst die finanziellen Möglichkeiten nicht hat, dass man einfach dazu beiträgt, dass die Fußballfans mitbekommen, dass hier ein großer Traditionsverein Hilfe braucht und ihr habt ja wirklich erstens der Slogan sehr eingänglich und ist letztendlich das ja, was wir auch mit 50 plus 1 oder mit dem Erhalt von 50 plus 1 im Ausdruck bringen wollen und ich finde natürlich auch das Investoren-T-Shirt sehr, sehr gelungen mit dem Stadion. Das wirkt sehr, sehr rund und es lohnt sich ja offensichtlich immer mal wieder auf die Seite zu gucken, wenn da immer mal wieder was passieren wird. Absolut. Absolut. Mal angenommen, diese 500.000 Euro kommen tatsächlich so zusammen und im Moment tatsächlich habe ich fast wenig Gründe daran zu zweifeln, aber klar, zum Anfang geht es etwas schneller und so weiter, verstehe ich alles, aber ist die Aktion erfolgreich, wenn 500.000 Euro eingesammelt werden oder braucht es letztendlich auch noch mehr im Verein, damit die Zukunft des FSV Zwickau gesichert ist? Ohne Frage braucht es auch mehr im Verein und damit es nicht nur finanziell mehr gemeint ist oder vielleicht gar nicht mal unbedingt finanziell mehr gemeint. Man muss aus meiner Sicht jetzt einfach versuchen und ich kenne ja mittlerweile ein paar Leute, die in entsprechenden Positionen sind und deswegen habe ich da auch vollstes Vertrauen und vollste Zuversicht. Man muss einfach das, was verpasst wurde, nämlich nachhaltig in Anführungsstrichen zu investieren und nicht nur in Spielerbeine, das muss jetzt einfach nachgeholt werden. Also man muss entweder Stellen schaffen oder Ideen schaffen oder Menschen integrieren in den Verein, die nicht nur sportliches Know-how haben oder die dort gern Profifußball und Zwickau sehen wollen um jeden Preis, sondern die vielleicht auch mal wissen, hey, der und der Verband, der hat gerade ein Förderprogramm, die fördern Trainingsplätze, da packen wir jetzt mal an. oder dort und dort gibt es gerade das zu holen und da und da gibt es die Kampagne, hey, da kann man Werbung machen, da kann man irgendwie, man muss, ein Verein ist ja nicht nur die Fußballmannschaft, die dort läuft, ein Verein besteht auch aus Vereinsleben, Stichwort Vereinskneipe, Stichwort Vereinsmuseum, Stichwort Fanshop, Fanmaterialien, Vereinsleben, da ist tatsächlich noch ein bisschen Luft nach oben, da ist viel passiert in den letzten Jahren, wir hatten ja Anfang Corona-Zeit diese Sonderzugfahrt, diese virtuelle, die wir da gemacht hatten, aus dieser Sonderzugfahrt, die auch eine Initiative der Fanszene war, ist ja damals dieser Zwickauer Fußballgeschichtenverein entstanden, der jetzt schon eine ganze Menge Traditionsarbeit macht, der mit Spielern und ehemaligen Spielern Kontakt hält, die so ein bisschen würdigt, da ist schon ganz viel passiert und da muss einfach weiter dran angeknüpft werden und da müssen Strukturen beim FSV Zwickauer entstehen und etabliert werden, die einfach auch nachhaltig dafür sorgen, dass ein gesunder Verein mit einem gesunden Vereinsleben und mit der Möglichkeit erwächst, wo jeder sich beteiligen kann, wo jeder sich einbringen kann und wo aber auch jeder gerne hinkommt und mitmacht. und das sind so die kleinen Sachen, ich war aufgrund einer nicht selbstgewählten Situation war ich letztens bei einer Stadionführung in der Allianz Arena und war super beeindruckt, wie dort an einem Nichtspieltag einfach Geld generiert wird und natürlich ist das jetzt im Hinblick auf Investoren und allem drum und dran nicht das, wohin wir streben und das ist auch nicht das, wohin wir können, überhaupt gar nicht, aber wenn wir sehen jetzt zum Beispiel, wie gefragt bei unserem Paket Stadionführungen sind, das war, also das war auch super schnell ausverkauft und wir kriegen jeden Tag, also wir wissen gar nicht, also wie wir das schaffen sollen, wir wollen das gerne auch noch erhöhen, das Kontingent und wollen versuchen da noch mehr anzubieten, aber das sind so Sachen, wo man merkt, okay, die Leute haben tatsächlich auch Interesse über diese 90 Minuten hinaus und da müssen einfach Möglichkeiten, oder sollten Möglichkeiten erschlossen werden oder sollte investiert werden in Dinge, die einfach dem Verein auch zukünftig sowohl finanziell vielleicht ein bisschen Output bringen, aber auch vor allem Ideell und Unterstützung und man sieht jetzt wie sonst nie, dass der Verein geliebt wird, dass der von vielen Leuten im Herzen getragen wird und viele ihn auch respektieren und das sollten wir einfach nutzen, diesen Schwung und diese Kraft, die wir dadurch auch bekommen, um dort einfach zukünftig mehr davon zu profitieren. Ich bin schwer beeindruckt sowohl von der Kampagne als auch dem unglaublich großen Engagement der Kurve der ehemaligen BSG Sachsenring, die gemeinsam mit dem Verein hier eine große Kampagne auf den Weg gebracht hat und wünsche euch, dass die erfolgreich ist und allen Hörerinnen und Hörern sei noch mal die Seite 99funken.de und dann Fußball gehört den Fans empfohlen. Der Link ist auch noch mal in den Sendungsnotizen. Dort könnt ihr einen Traditionsverein unterstützen und der Dank der Fanszene und der Zwickau und dem Umfeld des FSV ist euch sicher. Gut, vielen Dank für deine Schilderung. Viel Erfolg. Ich habe wirklich kaum Zweifel. Ich weiß, das ist noch eine lange Strecke, aber der Start ist sensationell verlaufen, weil es ein guter Slogan ist, ein rundes Konzept und ich glaube, dass insbesondere im Zusammenhang mit dem Investor alles letztendlich gut gelaufen ist und ich bin mir auch sicher, dass diese Aktion zum Erfolg geführt wird, weil ihr euch mit großem Engagement dort einbringt und glaube ich, die richtigen Elemente gefunden habt. Ich bedanke mich für die Einladung und für die mutmachenden Worte und vielleicht hören wir uns dann wieder in einem Jahr, wenn wir vielleicht das erste Mal den Pokal gewonnen haben. Dann sage ich wieder ganz leise Glück auf und lauter Servus, Ritiko. Mach's gut. Ciao. Ritiko. 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 Fußball gehört den Fans. Unser Ziel, unsere Aufgabe ist es jetzt, den Verein wirtschaftlich für alle zu sanieren, auch infrastrukturell nachhaltig aufzubauen, dass wir wieder auf gesunde Beine kommen. Und wenn es 10.000 Leute in Deutschland, wenn es 10.000 verrückte Leute gibt, die sich solidarisch verhalten mit uns und jeder 50 Euro reinhaut, dann haben wir 500.000 Euro. Klingt für uns machbar. Schlussendlich geht es ums nackte Überleben. Erreichen wir unser Ziel, spielen wir nächstes Jahr Regionalliga, erreichen wir es nicht. Droht die Löschung aus dem Vereinsregister, dann gehen hier die Lichter aus. Und wir wollen nicht bestraft werden für ein scheiß System, was in der dritten Liga vorherrscht und im Fußball allgemein. Und wir wollen auch nicht bestraft werden für unsere Ehrlichkeit und für unser tägliches Tun, was wir hier dem Verein geben und schenken. Wir Fans können nichts dafür, dass die Lage ist, wie sie ist. Aber wir werden bestraft. Jeder, der einen Verein hat, bei dem er mit dem Herzen dabei ist und sein Leben mit ihm verbringt, der wird oder kann sicherlich nachvollziehen, in welcher Lage wir gerade sind. Der Verein hier ist unser Leben. Und wenn ihm das genommen wird, dann wird es richtig scheiße. Das Problem sind die Strukturen, das Problem ist das System. Wir Fans, wir sind die Lösung, wir sind nicht das Problem. Leute, wir brauchen eure Unterstützung für einen ehrlichen, nachhaltigen Fußball ohne Investoren. In Zwickau und überall. in Zwickau und überall. Bis zum nächsten Mal.